Wir haben hier eine Dame, die ist mittlerweile 80 Jahre alt. Wir haben die Diagnose Parkinson vor vier Jahren bekommen. Da war sie 76 und vor zwei Jahren, im Januar 2018, kam sie dann zu uns in die Praxis und hat begonnen mit der Physiotherapie, weil es dringend vom Arzt empfohlen war. Damals waren es noch Sensibilitätsstörungen in den Beinen. Mittlerweile haben wir wirklich eine Kraftminderung, eine Gangbildverschlechterung. Und ja, seit dem Januar 2018 sind wir da dran, zweimal die Woche regelmäßig und machen dann aktives Dehnen, Krafttraining und schwerpunktmäßig auch das Laufbandtraining, um den Rhythmus wieder reinzubringen in das Gangbild und die Lebensqualität zu verbessern bzw. zu erhalten. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bis zum nächsten Mal.